hallo und herzlich willkommen zu einem futter von mir wieder edeka und netto edeka den meisten teil ich habe wenn natur erst überlegt was wir diese woche am wochenende essen eigentlich haben auch von letzte woche sogar vor letzter woche wenn ich mich nicht irre ich sage euch jetzt erstmal was ich ausgegeben habe ich habe ausgegeben 62 euro und zwei cent beim edeka aber ich hatte 10 euro für 10 euro 20 fand ja 10 euro 20 hatte ich fand den ich abgegeben habe und dann war ich noch beim netto und da habe ich 38 euro und 44 cent bezahlt genau sind also knapp bei 100 euro was okay ist ich sage ich jetzt erst netto da habe ich mal dieses toilettenpapier mit 20 wollen wo ich öfters wenn es im angebot ist das sind immer eine limitiertes mit designs da sind jetzt blaue muscheln drauf aber besser als rot oder rosa denn wenn man die periode hat und rosa oder rotes kopapier hat auch wenn man die nicht hat denkt man immer da ist etwas genau dann habe ich bei netto beim angebot schokofresh gold für die brotdosen der jungs dann waren heidelbeeren für 3 33 im angebot und okay ein paar zermatscht unten oder ich sehe jetzt kein zermatscht aber hier ist ein bisschen ausgelaufen genau was ich gleich dann kam ein brot mit heißt weltmeister brot hatten wir letzte woche schon hat gut geschmeckt hat gereicht die woche dann schießt es war bei edeka und bei netto nichts mit so käsesticks oder baby bell im angebot und deswegen habe ich eine packung teestrings mitgenommen bei der johann liebt die genau dann hat die haben die kids sich mal wieder apfeltee gewünscht deswegen habe ich immer apfeltee mit dann auch die sind auch leicht zurück ich möchte am wochenende geschnitzeltes in rahmsoße machen mit champignons und dazu werde ich entweder ich glaube ich werde dazu reis oder nudeln machen je nachdem worauf die kinder mehr lust haben reis und nudeln habe ich noch da genau deswegen champignons und geschnitzeltes genau ich wollte eigentlich bei der fleischstücke beim edeka aber die war so voll da war irgendwie nur zwei mitarbeiter und deswegen habe ich das jetzt einfach beim netto mitgenommen das werde ich einfrieren bis zum wochenende denn wir haben heute erst dienstag dann einmal salami wir nennen die immer salami zu hause dann aufschnitt hähnchen busfilet esse ich sehr gerne auf dem brot wenn ich mal besser dann dirty war im angebot und den gönne ich mir jetzt auch weil ich extrem muss heute morgen hat und dann ist die hitze jetzt so komisch dann habe ich spülmaschinen tabs genutzt genau das sind bis zum ersten die ich jemals hatte ich habe die momentan vom kaufler und die sind ich werde die natürlich zu ende und ich werde die einfach drauf schütteln und wenn ich dann irgendwann immer weniger davon habe werde ich die dann einfach benutzen das neue gekauft haben die haben jetzt 7,99 gekostet die waren in dem angeburtsregal jetzt frage ich mich kosten die 7,99 nicht immer war das ein angebot da muss ich gleich mal wirklich im im prospekt gucken aber die riechen schon durch die verpackung richtig gut ich liebe diese spülmaschinen tabs gut dann gehen wir jetzt zum edeka das war schon bei netto da habe ich die reiste geholt eigentlich wollte ich dann noch klorapier holen und dann kam das noch mit so eierplätzle weil man die essen kann die tue ich mal hier weg so dann waren leibniz minis im angebot ich dachte für die brotdose perfekt da tue ich so zwei drei rein und die freuen sich dann immer ich mache immer so obst oder gemüse manchmal obst und gemüse je nachdem wie viel platz noch in der brotdose ist dann ein ähm käsestick oder so ein salami stick oder halt zwei drei kekse und die kinder sind so dann hat den knor diese salat krönungen im angebot und ich habe wirklich noch zwei beutel übrig und ich glaube das sind italienische kräuter deswegen habe ich einmal dill kräuter mitgenommen italienische kräuter und garten kräuter damit ich wieder welche vorrätig habe und die sind ja auch lange haltbar genau bis april die sind sogar 2025 ja die sind bis nächstes jahr april und diesen bis 2025 so gehaltbar da habe ich erst mal wieder genug dann habe ich unser liebstes toast mitgenommen genau körner ballons von harry und bei netto heißt das körner harmonie von nicht harry mist jetzt habe ich den namen schon wieder vergessen habe ich mir auch immer gekauft dann habe ich einmal mich mitgenommen snacken die kinder gerne zwischen abendbrot und mittagessen dann hat diese von ehrmann joghurts und quetschiges im angebot habe ich zwei stück für leon und juru mitgenommen die packte morgen in die brotdose warum will ich jetzt schon mein künstler gefühlen dann packe ich die morgen in die brotdose rein dann habe ich für mich zweimal xxl latte macchiato geholt trinke ich sehr gerne eigentlich trinke ich ja cappuccino latte cappuccino aber da mag ich den nur vom netto und vom edeka mag ich diese latte macchiato lieber genau genau er man war im angebot da habe ich himbeere strazziatella leon ist nur strazziatella und himbeere der mag das stückige nicht ich auch nicht aber ich esse noch zusätzlich immer fiesig maracujas habe ich in schmackerschaft geliebt damals noch mal himbeere noch mal strazziatella noch mal himbeere wie gesagt der leon ist hauptsächlich himbeere ich esse auch himbeere und hier haben wir noch mal maracuja und strazziatella erdbeer genau der jerome ist alles dann zwei möhren einfach so zu snacken genau deswegen nur zwei einzelne dann tomaten die waren ein fristentomaten ausgestellt guck mal wie länglich die sind die hatten auch keine runden ja ich esse gerne brot einfach eine scheibe brot bisschen margarine tomate drauf zwiebel drauf kräutersalz drauf oder salz und pfeffer und ich liebe das abends einfach mein cappuccino kam auch mit so dann habe ich eine melone mitgenommen der leon wünscht sich schon länger wieder melone und da hat das dieses stück jetzt 89 cent gekostet genau da kann er sich später nach der augs freuen werde ich später noch aufschneiden kurz bevor ich sie abhole genau frischkäse für marie hätte ich gewusst dass ich noch zum netto muss hätte ich den bei netto mitgenommen hat das nicht mehr im kopf wieder zu hause die müssen jetzt ganz schnell in die tiefküttung bis zum angebot bei edeka habe ich einmal salami für marcel mitgenommen und habe halt für mich abends wenn marcel dann immer kommt dann habe manchmal keinen hunger und dann kann man die perfekt machen ich war beim edeka kurz alles nach hause gebracht und bin dann zum netto der netto ist in einer ganz anderen richtung dann hatten sie ein linsenangebot für 1 euro und ich dachte ich könnte mal so eine linsenpfanne machen ich habe euch die jetzt mal mitgenommen genau ich habe glaube ich letztens auch ein rezept gesehen ich weiß nur nicht ob das rote linsen waren oder normale linsen aber ich denke mir wenn man die macht doch mal gucken wie ich das mache ich mich da einfach durch linsen habe ich noch nie gemacht ich bin 29 jahren aber linsen habe ich nie gemacht einmal tonfisch war auch im angebot bei netto ist er auch im angebot gewesen aber beim edeka war der bisschen günstiger im angebot ist wie eine dose davon so kommen wir zum einkaufstrolli der bis oben voll ist hier noch einmal marie joghurt ich habe ja sonst immer den einzelnen geholt habe ich euch auch das schon gezeigt aber dieses vierer pack ist einfach günstiger als immer dieser einzelne für ein euro noch was da hier zahle ich 2,19 euro habe vier stück marie liebt die marie tut sich da immer noch streusel drauf und dann ist sie ganz glücklich damit geramont war im angebot deswegen einmal so eins den lieben die jungs und ich wir sitzen einfach da am tisch schneiden uns die immer abmachen das papier und essen die so also das lieben ich meine jungs marie nicht so aber marie darf das glaube ich nicht in manchen käsearten ist kein es lag sind laktosefrei die hier nicht das meistens bei scheinfeber nachgummi war im angebot da habe ich viel folgen mitgenommen denn wir haben nichts mehr um das glas aufzufüllen da habe ich einmal Apfelingen mitgenommen einmal Virus die ganz normalen schlichten und die Milchgeister damit ich das glas endlich mal wieder nachfüllen kann ganz normale Mülltüten brauchen wir auch mal wieder dann waren diese Töpfe für zwei euro im angebot habe ich viel sich maracuja mitgenommen weil ich den halt gerne esse und der Jerome auch und ich esse sowas gerne wenn ich abends keinen bock habe auf Brot dann esse ich mir hiervon ein bisschen und dann reicht das ich esse auch meistens Joghurt genau warum habe ich die dann eigentlich mitgenommen fällt mir gerade auf dann hätte ich die zwei ja nicht mitnehmen müssen Bananen die waren leider alle grün genau aber da war Centis im angebot da habe ich einmal Frühstückserdbeer Frühstückskonfitüre Erdbeere mitgenommen ich raste heute so durch warum Leons Lieblingsmüsli war auch im Angebot erliebten dieses hier momentan ich glaube er liebt es einfach nur wegen den Linsen wegen den bunten Schokolinsen aber er freut sich dann wenn er das da morgen in seiner Frühstück Müsli Schale hat dann war Saft im Angebot der von Edeka habe ich Milder Multi mitgenommen trinken wir hier am liebsten meistens erst am Wochenende zum Brötchen Quarkgenuss habe ich für Marcel mitgenommen der isst gerne Quark vor allem diese Becher dann habe ich einmal neuen Kakao mitgenommen weil unser fast leer ist ich habe letzte Woche schon welchen gekauft ich weiß gar nicht ob ich den im Futur gezeigt habe aber der ist das war nur eine Tüte der hält schon viel länger so eine Packung einmal Eier so dann habe ich einmal neue Cashewkerne mitgenommen für unsere Energy Balls Balz diese Bälle da ich habe euch im letzten Futur gezeigt dafür brauche ich Cashewkerne ähm genau dann habe ich einmal Quetschis mitgenommen ist einfach günstiger die Eigenmarke 1,49 zahle ich für diese Packung und das ist günstig wenn man überlegt wenn man den Einzelpreis kennt genau einmal Mehl denn ein Paket Mehl ist mir komplett von Büsen gegangen weil ich am Wochenende Brötchen selbst gebacken habe dann ein 4er Pack Zero Dosen ich muss sagen ich habe mich mittlerweile wieder daran gewöhnt nur Leitungswasser zu trinken ich habe zwar so das wie immer um eine Sprudel zu machen aber ich muss sagen ich trinke lieber Leitungswasser so Sprudelzeug trinke ich lieber dann abends aber so tagsüber möchte ich nur Leitungswasser irgendwie trinken ja dann wenn wir beim Thema Wasser sind von Fösslauer 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 kenne ich nicht ähm so kleine Wasserflaschen wenn wir unterwegs sind finde ich die richtig richtig gut ähm die halten deshalb auch daraus immer so lange und dann zum Schluss viermal Milch da ist die Alpro Not Milch Not Milch mitgenommen das ist jetzt die beste pflanzliche Milch die wir hatten und die hatten leider von der 1,8 nur noch vier Pakete da habe ich jetzt einfach alle vier Pakete mitgenommen ähm ich hoffe die füllen das nochmal nach weil wir mögen die wirklich die hatten zwar die 3,5er noch da aber wir haben uns an die 1,8 gewöhnt ähm deswegen warum mehr Fett holen wenn wenn uns das ausreicht genau das war es auch schon ähm also ja alles was wir brauchen Obst und Gemüse haben wir noch genug da hier haben wir sogar noch vier Äpfel dadurch dass jetzt wieder OGS und Kindergarten ist wird nachmittags kein Obst mehr gegessen weil in der OGS wird auch noch mal Obst angereicht nachmittags ja das war's ich würde das jetzt alles wegräumen warum mache ich eigentlich immer so da weiß auch kein Mensch ne so auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video u v Vielen Dank.